Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are Aktivieren Ich komme Wie hoch geht es eigentlich noch? Ewig hoch, alter Das wird... Hast du denn jetzt hochgeguckt? Ja Aber es sieht, finde ich, jetzt gerade so aus, als ob es könnte fast das Ende sein Ist es das Ende Kilo und drücke C, um bewegliche Objekte zu verlangsamen Was? Freil dich, freil dich, freil dich Rüber Okay Ich kann doch nicht rüber Oh, fuck it Schnell, schnell, schnell Zieh Oh Und Rüber Nein, nein, nein Ich war zu hoch Das müssen wir auch noch verlangsamen Uiuiuiui Das ist ja mal... Müssen wir den Fahrschild verlangsamen? Ja Ja, 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 ja Wenn er links ist, dann müssen wir ihn links halten Ne, wenn er rechts ist, dann können wir... Was? Wir müssen doch links auf die rechte Seite rüber Ist ja richtig Machst du? Ich mach rechts, ich mach den, ich mach den Ok Links kippt gleich auch noch einer? Mhm. Ja. Bandit. Ich komm nicht drüber. Ah. Hm. Also bei mir sah es so aus, als ob der vorbeifallen würde. Ganz ehrlich. Willkommen zum Bergsteiger-Simulator 3.0. Heute. Wie man es nicht macht. Wie man es nicht macht. Hui. Und nach rechts. Warte kurz. Dass wir zusammen irgendwie hochgehen. Kamer, können wir uns nicht gegenseitig blockieren? Ah, das weiß ich gar nicht. Obwohl, vorhin bin ich ziemlich... Machst du den linken? Ja. Oh, oh, oh. Machst du den linken? Ja, ja, ja. Uh, uh. Wir müssen uns... Ich mach den. Ja. Komm schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bist du rüber? Kommst du rüber? Kommst du rüber? Machst du noch einmal links? Ich komm noch nicht ran. Ich komm noch nicht ran. Ich komm noch an den... Ich komm noch an beide nicht ran. Ich komm beide nicht ran. Sowohl an den Fahrstuhl als auch an... Schaffst du's? Nein. Oh Mann. Schaffst du's? Ich hoffe. Schaffst du's? Nein. Komm schon. Ich komm... Ich komm... Warte, ich muss noch mal... Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist doch nicht normal. Ich war ganz oben. Ähm. Ach, ich war ganz oben. Ich dachte schon, das Spiel hättest gesagt. Mann, Alter, sind das zwei Vollidioten. Komm. Endpost hier. Besiegt. Achso, weil du ganz oben bist. Na ja, genau. Ja, wir haben's geschafft. Wuhu. Wuhu. Vielleicht beim ersten Mal. Oh. Komm mal nütz. Achso. Oh. Hau. Alter, die Bolzen. Haha. Bin ich stark, oder was? Achso, äh, mein, mein Bot ist, äh, gekommen. Die Sau. Die Sau ist mir direkt in die Tasche gekommen. Alles nass. Jetzt muss ich mal gucken. Alles voller Öl. Das ist natürlich schade. Was ist schade? Ähm. Dass meine Waffe nicht hier die gewünschten Ergebnisse bringt. Das ist natürlich schade. Das ist schade. Achso. Okay. Geh du ruhig hoch, Küppi. Danke. Hilfst du mir auch? Ja. Kommt, Madame, bitte. Dankeschön. Geh an. Ich habe die Winde gefunden und schalte Sie jetzt ein. Nein, nein, warte, 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 warte. Mach. Oh Gott. Oh, das wird hässlich. Alle festhalten. Das gefällt mir nicht. Ach. Reden Sie mit mir und sehen Sie nicht nach unten. Was kommt als nächstes? Na ja, wir wissen jetzt, dass wir eine Art Schlüssel brauchen, um die Maschine abzuschalten. Die Forscher nannten ihn den Codex. Den Codex. Okay. Wo ist der? Den Codex. Und wie machen wir das? Wie Sie es vor 200 Jahren gemacht haben. Mit Rosetta's Porcel. Oh mein Gott. Locker bleiben. Nur eine durchgeknallte Sicherung. Vielleicht kann ich Strom von den Lampen umleiten. Okay. Strom umleiten. Mhm. Mhm. Was isst du denn schon wieder? Gar nichts. Ich mach das mal. Hier muss ich nur... Ach, okay. Windelichter. Lichterlichter, nee. Ähm. Ich muss mal ein bisschen was von der Winde wegnehmen. Ach, shit. Das war zu viel. Jetzt sterben die zwei. Das? Ja, jetzt... Jetzt. Perfekt. Ich bin so ein... Hallo, ich bin Herr Professor Fresh Friends. Drehst du nochmal? Es bewegt sich. Es dreht sich. Ach so. Aber irgendwie... Dann müsste sich... Ach so, dann müsste ich jetzt... Muss man hier... Aktivieren. Ach so. Oh. Ehe. Ehe. Da kommt doch jetzt irgendeine Scheiße... Ja. Irgendeine Scheiße ist schon richtig. Und jetzt stürzt sie. Sie fällt jetzt, ja. Na, weil die so lange gebraucht hat. Ich hab den ganzen Weg über geweint. Ich will endlich... Ja, die stirbt. Ja. Total toll. Das müssen wir... Ehe wahrscheinlich. Spring doch einfach raus, Schlampe. Ich werde ich ihn schaffen. Ich werde ich ihn schaffen. Ich drück präventiv schon mal E die ganze Zeit. Ja, ich auch. Oh, das wollte ich nicht. Aber ich hatte recht. Übrigens. Hallo. Little Krabby ist wieder da. Wir wurden getrennt. Nee, nee. Du bist auch mit drunter gestürzt. Nee. Bin ich so behindert? Stimmt. Ist übrigens gut, dass wir uns da hochgequält haben. Jetzt sind wir da ganz unten. Isaac? Sie ist tot. Allie? Nein, Isaac. Die ganze Felswand rutscht da. Du hättest sie nicht retten können. Könntet ihr jetzt wieder hochkommen? Ja, ich glaube, es gibt einen Weg über die Seite. Edmund... Ohhhh. Wieder zu Allie stoßen. Wieder die Seilwinden nutzen. Oh. Krabby. 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 Haben wir dich nicht schon mal und so? Oh. Aber ich glaube, diesmal ist es wirklich böse. Ja, warum auch nicht, weil wir haben schon... Oh. Wir sind auch noch Viecher. Achtung. Ah. Ich werde die ganze Zeit... Ich kann sie nicht mehr weg... Hapunenkanonen mit dem Generator wieder flott. Was? Oh. Okay, ich mache die Hapunenkanonen wieder flott. Irgendwie. Weiß aber... Ist das das hier? Nein, ist es nicht. Okay. Ah, hier. Okay. Vorsicht. Das Vieh ist nah bei dir. Äh, bei dir meine ich. Versuchen Sie, das Vieh zu den Lasern zu locken. Zu den Lasern? Boah, ich habe keine Ahnung, wo die Laser sind. Ach, da oben. Das blaue. Okay. Das steht gerade drin. Yeah. Scheiße. Diesmal rennst du nicht weg. Was müssen wir hier? Rechts von dir. Was müssen wir machen? Ich habe es auch nicht verstanden. Shit. Irgendwas... Hier, aktivieren. Aktivieren die Dinger. Welche? Welche? Hapunen. Wie denn? Tag. Wow. Du kannst du auf das Ding schießen? Ja, gerade eben. Ich muss nachhören. Die Waffe ist doch gar nicht so doof. Achtung. Arschloch. Kommst du klar? Ja, bei mir ist alles gut soweit. Okay, du musst das doch in das blaue Ding ins Kirchen bringen. Hier, zu mir. Ja. Schießt doch. Schießt doch, ihr komischen. Na, komm doch ran, Alter. Komm doch. Oh, fuck. Jawoll. So, was müssen wir jetzt machen? Hier an der Seite ist so ein Ding. Aktivieren. Nicht verfügbar. Was? Ich bin auch da. Warte. Nicht verfügbar. Ah. Okay. Hier ist es wieder frei. Ah, shit. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Munition ich noch hab, ne? Ich auch nicht. Vor allem treff ich grad nicht, Mann. Ja, dann schieß doch nicht. Ich hab' noch kein Drecksbein davor. So, jetzt hier so. Ja, 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 ja. So, jetzt hier rüber. Ich, ich, ich verteidige dich. Machst du das hier? Hier müssen wir aber, glaub' ich, mehrere. Ich muss den Hebel drehen. Hier, hallo. Ja, ja. Ich werd angegriffen. ja 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 ich muss nachladen ja du hast es auseinandergerissen scheiße jetzt haben wir zwei von den dinger ich dachte schon ich hatte recht Alter leck mich doch am Arsch haben wir lange gebraucht aber wir sind nicht gestorben insofern ist alles gut ja das war gar nicht so schlecht wir keine tolle belohnung dafür dass wir das ding getötet haben glaube alles hier ist belohnung dass du noch lebst ist belohnung aber eine ziemlich schwache aber ich habe glaube ich ziemlich viele viecher getötet also mehr als als das ding hier hinten ist nichts mehr auch nicht mal ein artefakt alter man das spiel belohnt einen überhaupt nicht echt mal vielleicht ein bisschen spielspaß aber er will sowas schon echt mal spielspaß das ist harte arbeit hier ich bin sofort da ich wollte noch mal nachgucken weil irgendwie war mir das hier was zur guck mal ich kann durch dich durchschießen du hast ich habe geblutet gerade nein nein doch doch so und jetzt bricht natürlich gleich wieder der berg zusammen und wir sterben sofort instant ach guck mal ich glaube ich muss bei dir bleiben sprint nein ich muss nicht bei dir bleiben doch du musst bei dir bleiben ich hätte nach rechts auswählen müssen oder nach wieso bin ich denn jetzt abgerutscht ich weiß es nicht oh oh shift drücken und nach rechts klicken ist kacke wo unter dir ist gerade die wand kaputt gegangen ich bin fast da ich bin ich bin da die hätte uns ja von oben mal ein bisschen feuerschutz geben können hast du gesehen wie ich ihn mit der mit dem kopf ans kinn geknallt bin ja du bist ein guter mensch du hast getan was du konntest hab ich nicht ich habe aufgegeben es tut mir so leid hier muss es sein aber wie zugehe sollen wir diese Rosetta finden sie muss da oben irgendwo eine Bohr haben wir sollten nach einem Büro suchen nach Akten irgendwas mit ihrem Namen darauf damit kommen wir zum Eingang los ich will ja auch so einen Anzug haben für den Winter ja auf jeden Fall das wäre echt cool das wäre echt cool auch mit so einer Waffe ja so einen Helm der sich so automatisch aufsetzt hast du gesehen ich habe euch unterbrochen kurz bevor ihr küssen konntet ja das fand ich echt super von dir ich weiß danke zwei Schaden ein Feuerrate ja ich freue mich auch gerade das ist ja gar nicht mal so schlecht möchte ich meinen ich komme die hinterher Partner braucht man hinterher ey so eine Kacke jetzt müssen wir doch da unten durch naja Ellie war zu fett die hat die Leiter kaputt gemacht ja alles ok fettarsch vielleicht hätte ich auch nicht direkt nach dir da hochklettern sollen ja ja da ist ein Weg am Boden ich schicke ihn dir auf deine Rake wir treffen uns an der Einrichtung ist ja auch cool sie schickt mir einen Weg vorbei das möchte ich auch B können wir die nicht irgendwie aufhalten ne alle kommst du ich komme es ist wieder es ist wieder hier dubstep ach guck mal wo wir jetzt sind Mensch stand ist aber ne Kiste diesmal was fuck you oh da ist gut ich habe coole Waffen oh mein Kopf krabbelt mh wohin krabbelt da denn oh ah ich hast du noch was gefunden nur die Kiste hier nur die Kiste ja das ist ja lächerlich was das ist keine Belohnung nein nein Belohnung wäre jetzt hier ne Megawaffe zu finden ne Bazooka mit unendlich Schuss von hier unten kommen wir ne ja ne aber das wäre ja auch langweilig dann wäre es ja ne das stimmt ja aber so ein Samurai Schwert wäre cool und nochmal deine Hände ich habe dich gesehen wir müssen da lang aber hier links ist noch was aber ich glaube das ist zu ja sieht so aus ja das ist verriegelt ok oh hier unten ist ne Truhe Moment da ist bestimmt was wichtiges drin oh mein Gott ein kleines Medikit bei mir war es ein Halbleiter ne die gibt ein kleines müsste jetzt der Typ nicht hier dahinter sein nö guck mal hier das hier diese Spitzen das sind alles Marker ja wollte ich auch gerade sagen na ok es ist der die Himmelspforte was die Himmelspforte ja in den Berg ja ähm wir gehen jetzt in die nächste Forschungseinrichtung oder ich habe keine Ahnung wo wir hingehen ok oh ach das ist sie ach das ist ne Gondel Achtung sieht aus als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt verdammt wie sollen wir Rosetta finden wenn sie seit 200 Jahren tot ist Moment da Rosetta Labor es ist hier perfekt schickt mir die Koordinaten und hoffen wir dass wir diesen Kodex bauen können bevor Danik uns findet hier gibt's die Paläontologie das ist das mit den äh mit den Fossilien ja die Biologie ja Silo und Geologie hm hm naja alles was man auf so einem fremden Planeten eben tun kann ne ja naja die Party Area hat mir gefehlt wieso da waren wir doch letztens da warst du doch letztens drin uhrgewehr wieso da warst du doch da warst du doch ja da warst du doch oh ja ja